Wie läuft aktuell das Training von meinem neuen Pferd ab? Ihr habt euch Einblicke vom Alltag gewünscht und deswegen nehme ich euch heute beim Training mit. Zuerst bin ich in meine Reitsachen geschlüpft und dann sind wir zur Halle rüber gelaufen. Pia Besco ist jetzt seit drei Wochen bei mir und er hat sich sehr gut eingelebt. Bei uns auf der Anlage gibt es immer viel zu gucken, was für ein junges Pferd manchmal eine Herausforderung sein kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr gut, da er dadurch sehr viel kennenlernt. In der Halle habe ich ihn dann erst einmal kurz geführt. In den ersten Tagen haben wir ihn zur Sicherheit vor dem Reiten immer noch ablongiert. Das ist mittlerweile nicht mehr nötig, sodass ich direkt aufsteigen konnte. Das gute Gefühl vom Proberitz setzt sich auch hier zu Hause durch. Es macht unglaublich viel Spaß und er zaubert mir jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht. Ich liebe einfach seine Ausstrahlung und generell seine ganze Art. Grundsätzlich arbeiten wir im Moment daran, dass er sich im Genick nochmal öffnet. Das gelingt uns phasenweise, wenn er gut in der Balance ist, schon ganz gut mit zunehmendem Gleichgewicht und Durchlässigkeit.